Das Handbuch zeitgenössischer Kontroversen über den Glauben und die Religion. Dieses zierliche Werk aus dem Jahre 1623 passt in jede Hosentasche. Von außen scheint es eher unauffällig. Doch es gehört zu den streitbarsten Werken seiner Epoche. Ein außergewöhnlicher Kupfertitel lässt das erahnen. Die ganzseitige Abbildung skizziert in Wort und Bild ein ketzerisches Unheil. Die Abkehr vom Katholizismus. Eine Warnung vor Elend und Verderben, vor Tod und Verdammnis. Eine Figur ist von einem Spinnennetz umhüllt. Ihr Gegenüber von Krankheit gezeichnet. Aus seinem Mund tritt eine Schlange hervor. Eine weitere Figur hat drei Köpfe. Sie sitzt auf einem Misthaufen. Die Schriftbänder enthalten Zitate aus dem Alten Testament. Verfasser dieses kleinen, aber sehr einflussreichen Werks. Der Jesuit Martin Bekanus. Als strenger Verfechter der katholischen Glaubenslehre kämpft er gegen Zweifel und Kritik. Mit diesem Büchlein. Denn er ist überzeugt. Die Fähigkeit zur Sprache ist ein Geschenk Gottes. Sein Handbuch behandelt die zentralen Streitpunkte zwischen Katholiken und Protestanten. Darunter Prädestination und Eucharistie. Auch die Unfehlbarkeit der Kirche steht im Fokus. Bis ins 18. Jahrhundert wird das Handbuch zeitgenössischer Kontroversen immer wieder neu gedruckt. Dieses Exemplar erscheint im Jahr 1693 in Köln. Es gelangt aus dem Besitz der Benediktiner von St. Michael in den Besitz der Dombibliothek. St. Michael in den Besitz der Dombibliothek St. Michael in den Besitz der Dombibliothek S. Michael in den Besitz der Dombibliothek Untertitelung des ZDF, 2020